...Tore Schäme! Das reicht, danke, das reicht, das reicht, das reicht, mehr Spitte auf der Arterschopratik, die spätere Stunde, mit mehr Tegel und weniger Kleidung. Dann mit dabei, Jo, Feier, nicht dabei, hat mir keiner gesagt. Ich tue gerade von meiner sympathischen Assistentin Steffi, Masvid Spanglister, der ist eingesprochen. Dann waren wir mit dabei, es hat mir vorher im Interview gesagt, ihr hofft, dass ihr heute nicht ausgebucht wird, weil in ihrer Rolle wirklich fies ist. Also gebt ihr einen Sonnenapplaus, Jana, Juli, Kielka! Für euch heute auch sehr gerne dabei, Eni Schweibel, im Ziel, verborene Liebe! So, ich warte auf jeden Fall auf den nächsten Mann hochkriegen, hier ist Sebastian Schlemmer, Ladies and Gentlemen, hoch mit Ihnen! Eine weitere Lady, die das Teamverbund mit Liebe verstärkt, ist Melanie Kogler! Das muss doch auch sein, ne? Und die letzte Runde auf dem Platz ist Stefan Käfer! Das Teamverbund mit Liebe, Ladies and Gentlemen! Große Sturmbrisant, ihr schafft euch an die Wand! Vielen Dank, Jungs! Vielen Dank, Jungs! Vielen Dank! Vielen Dank. 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 ... 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